Robert Lewandowski Gemeint ist er, Robert Lewandowski und David Alaba. Chinesische Medien hatten das Bayern-Duo zu einem Sportevent eingeladen. Und da ist sie, die chinesische Billard-Queen Pan Xiao Ting. Erster Programmpunkt, Billard-Tricks. Pan Xiao Ting macht es vor. Und Lewy macht, was er immer macht. Danach liefern sich Lewy und David ein richtiges Duell mit Pan. Einen Sieger gibt's nicht. Die beiden sind halt einfach Gentleman. Danach werden die Billard-Ques gegen Controller ausgetauscht. Bei FIFA Online 3, Team Lewandowski gegen Team Alaba. Unterstützung gab's von zwei großen Bayern-Fans aus China. Vorolta ist er, die beiden sind also der Wunderschöne. Na, wir sind gerade in der Zwischenzeit. Über die Wunderschöne. Das war die Wunderschöne. Bei FIFA Online. Der Wunderschöne ist wieder in der Zwischenzeit. Das hat er in der Zwischenzeit. Über die Wunderschöne ist er in der Zwischenzeit. Ein schönsamer Abend für alle.